Ludwig Bechstein Des kleinen Hirten Glückstraum Es war einmal ein sehr armer Bauersmann, der war in einem Dörflein Hirte und das schon seit vielen Jahren. Seine Familie war klein, er hatte eine Frau und nur ein einziges Kind, einen Knaben. Diesen hatte er sehr frühzeitig mit hinaus auf die Weide genommen und ihm die Pflichten eines treuen Hirten eingeprägt. Und so konnte er, als der Knabe einigermaßen herangewachsen war, sich ganz auf denselben verlassen, konnte ihm die Herde allein anvertrauen und konnte unterdessen daheim noch einige Dreier mit Körbeflechten verdienen. Der kleine Hirte trieb seine Herde munter hinaus auf die Triften und Reine, er pfiff oder sang manch helles Liedlein und ließ dazwischen gar laut seine Hirtenpeitsche knallen, dabei wurde ihm keine Zeit lang. Des Mittags lagerte er sich gemächlich neben seine Herde, aß sein Brot und trank aus der Quelle dazu und dann schlief er auch wohl ein Weilchen, bis es Zeit war, weiterzutreiben. Eines Tages hatte sich der kleine Hirte unter einen schattigen Baum zur Mittagsruhe gelagert, schlief ein und träumte einen gar wunderlichen Traum. Er reise fort, gar unendlich weit fort. Ein lautes Klingen, wie wenn unaufhörlich eine Masse Münzen zu Boden fielen, ein Donnern, wie wenn unaufhörlich Schüsse knallten und eine endlose Schar Soldaten mit Waffen und in blitzenden Rüstungen, das alles umkreisete, umschwirrte, umtosete ihn. Dabei wanderte er immer zu und stieg immer bergan, bis er endlich oben auf der Höhe war, wo ein Thron aufgebaut war, darauf er sich setzte. Und neben ihm war noch ein Platz, auf dem eine schöne Frau, die plötzlich erschien, sich niederließ. Nun richtete sich im Traum der kleine Hirte empor und sprach ganz ernst und feierlich »Ich bin König von Spanien!« Aber in demselben Augenblick wachte er auf. Nachdenklich über seinen sonderbaren Traum trieb der Kleine seine Herde weiter und des Abends erzählte er daheim seinen Eltern, die vor der Türe saßen und Weiden schnitzten, wobei er ihnen auch half, seinen wunderlichen Traum und sprach zum Schluss »Wahrlich, wenn ich noch einmal träume, so gehe ich fort nach Spanien und will doch einmal sehen, ob ich nicht König werde.« »Tummer Junge!«, murmelte der alte Vater, »dich macht man zum König, lass dich nicht auslachen!« Und seine Mutter kicherte weidlich und klatschte in die Hände und wiederholte ganz verwundert »König von Spanien!«, »König von Spanien!« Am anderen Tag zu Mittag lag der kleine Hirte zeitig unter jenem Baum und, oh Wunder, derselbe Traum umfing wieder seine Sinne. Kaum hielt es ihn bis zum Abend, er wäre gern nach Hause gelaufen und wäre aufgebrochen zur Reise nach Spanien. Als er endlich heimtrieb, verkündete er seinen abermaligen Traum und sprach »Wenn mich aber noch einmal so träumt, so gehe ich auf der Stelle fort, gleich auf der Stelle.« Am dritten Tage lagerte er sich denn wieder unter jenen Baum und ganz derselbe Traum kam zum dritten Male wieder. Der Knabe richtete sich im Traume empor und sprach »Ich bin König von Spanien« und darüber erwachte er wieder, raffte sogleich Hut und Peitsche und Brotsäcklein von dem Lager auf, trieb die Herde zusammen und geradenwegs nach dem Dorfe zu. Da fingen die Leute an, mit ihm zu zanken, dass er so bald und so lange vor der Vesperzeit eintreibe, aber der Knabe war so begeistert, dass er nicht auf das Schelten der Nachbarn und der eigenen Eltern hörte. Er schnürte seine wenigen Kleidungsstücke, die er des Sonntags trug, in ein Bündel, hängte dasselbe an ein Nussholzstöcklein, nahm es über die Achsel und wanderte so mir nichts, dir nichts fort. Gar schnell war der Knabe auf den Beinen, er lief so rasch, als sollte er noch vornachts in Spanien eintreffen. Doch erreichte er an diesem Tage nur einen Wald, nirgends war ein Dorf oder ein einzelnes Haus. Er beschloss, in diesem Wald in einem dichten Busch sein Nachtlager zu suchen. Kaum hatte er aber zur Ruhe sich niedergelegt und war entschlummert, als ein Geräusch ihn wieder weckte. Es zog eine Schar Männer in lautem Gespräch an dem Busch vorüber, in welchen er sich gebettet hatte. Leise kroch der Knabe hervor und ging den Männern in einer kleinen Entfernung nach und dachte, Vielleicht findest du doch noch eine Herberge, wo diese Männer heute schlafen, kannst du gewiss auch schlafen. Gar nicht lange waren sie weitergewandert, als ein ziemlich ansehnliches Haus vor ihnen stand, mitten im dunklen Wald. Die Männer klopften an, es wurde aufgetan und neben den Männern schlüpfte auch der Hirtenknabe mit hinein in das Haus. Drinnen öffnete sich wieder eine Türe und alle traten in ein großes, sehr spärlich erhelltes Zimmer, wo auf dem Fußboden umher viele Strohbunde, Betten und Deckbetten lagen, die zum Nachtlager der Männer bereitgehalten schienen. Der kleine Hirtenbub verkroch sich schnell unter einem Strohhaufen, der nahe an der Tür aufgeschichtet war, und lauschte nun auf alles, was er aus seinem Versteck hören und wahrnehmen konnte. Bald kam er dahinter, denn er war ohnehin klug und aufgeweckt, dass diese Männerschar eine Räuberbande sei, deren Hauptmann der Herr dieses Hauses war. Dieser bestieg, als die neu angelangten Mitglieder der Bande sich hingelagert hatten, einen etwas erhöhten Sitz und sprach mit tiefer Bassstimme, Meine braven Genossen, tut mir Bericht von eurem heutigen Tagewerk, wo ihr eingebrochen seid und was ihr erbeutet habt. Da richtete sich zuerst ein langer Mann mit kohlschwarzem Bart empor und antwortete, Mein lieber Hauptmann, ich habe heute früh einen reichen Edelmann seiner ledernen Hose beraubt. Diese hat zwei Taschen und so oft man das oberste zuunterst kehrt und tüchtig schüttelt, so oft fällt ein Häuflein Dukaten heraus auf den Boden. Das klingt sehr gut, sprach der Hauptmann. Ein anderer der Männer trat auf und berichtete, Ich habe heute einem General seinen dreieckigen Hut gestohlen. Dieser Hut hat die Eigenschaft, wenn man ihn auf dem Kopf dreht, das unaufhörlich aus den Dreiecken Schüsse knallen. Das lässt sich hören, sprach der Hauptmann wieder. Und ein Dritter richtete sich auf und sagte, Ich habe einen Ritter seines Schwertes beraubt. Wenn man dasselbe mit der Spitze in die Erde stößt, ersteht augenblicklich ein Regiment Soldaten. Eine tapfere Tat, lobte der Hauptmann. Ein vierter Räuber erhob sich nun und begann, Ich habe einem schlafenden Reisenden seine Stiefel abgezogen und wenn man diese anzieht, legt man mit jedem Schritt sieben Meilen zurück. Rasche Tat, lobe ich, sprach der Hauptmann zufrieden, Hänget eure Beute an die Wand und dann esset und trinket und schlafet wohl. Somit verließ er das Schlafzimmer der Räuber, diese zechten noch weitlich und fielen dann in festen Schlaf. Als alles stille und ruhig war und die Männer allesamt schliefen, machte sich der kleine Hirte hervor, zog die ledernen Hosen an, setzte den Hut auf, gürtete das Schwert um, fuhr in die Stiefel und schlich dann leise aus dem Haus. Draußen aber zeigten die Stiefel zur Freude des Kleinen schon ihre Wunderkraft und es wehrte gar nicht lange, so schritt das Bürschchen zur großen Residenzstadt Spaniens hinein. Sie heißt Madrid. Hier fragte er den ersten Besten nach dem größten Gasthof, aber er erhielt zur Antwort, »Kleiner Wicht, geh du hin, wo deinesgleichen einkehrt, und nicht wo reiche Herren speisen!« Doch ein blankes Goldstück machte jenen gleich höflicher, sodass er nun gerne der Führer des kleinen Hirten wurde und ihm den besten Gasthof zeigte. Dort angelangt, mietete der Jüngling sogleich die schönsten Zimmer und fragte freundlich seinen Wirt, »Nun, wie steht es in eurer Stadt? Was gibt es hier Neues?« Der Wirt zog ein langes Gesicht und antwortete, »Herrlein, ihr seid hier zu Land wohl fremd. Wie es scheint, habt ihr noch nicht gehört, dass unser König sich rüstet mit einem Heer von 20.000 Mann? Seht, wir haben Feinde. Oh, es ist gar eine schlimme Zeit. Herrlein, wollt ihr auch etwa unters Militär gehen?« »Freilich, freilich«, sprach der zarte Jüngling und sein Gesicht glänzte vor Freude. Als der Wirt sich entfernt hatte, zog er flugs seine ledernen Hosen aus, schüttelte sich ein Häuflein Goldstücke und kaufte sich kostbare Kleider und Waffen und Schmuck, tat alles an und ließ beim König um eine Audienz bitten. Und wie er in das Schloss kam und von zwei Kammerherren durch einen großen, herrlichen Saal geführt wurde, begegnete ihnen eine wunderliebliche junge Dame, die sich anmutig vor dem schönen Jüngling, der in der Mitte der Herren ging und sie zierlich grüßte, verneigte. Die Herren flüsterten, »Das ist die Prinzessin, die Tochter des Königs.« Der junge Mann war nicht wenig von der Schönheit der Königstochter entzückt, und seine Entzückung und Begeisterung ließen ihn keck und mutvoll vor dem Könige reden. Er sprach, »Königliche Majestät, Ich biete hiermit untertänigst meine Dienste als Krieger an. Mein Heer, das ich euch zuführe, soll euch den Sieg erfechten. Mein Heer soll alles erobern, was mein König zu erobern befiehlt. Aber eine Belohnung bitte ich mir aus. Wenn ich den Sieg davontrage, darf ich eure holde Tochter als Gemahlin heimführen. Wollt ihr das, mein gnädigster König?« Und der König erstaunte ob der kühnen Rede des Jünglings und sprach, »Wohl, ich gehe auf deine Forderung ein. Kehrst du heim als Sieger, so will ich dich als meine Nachfolger einsetzen und dir meine Tochter zur Gemahlin geben.« Jetzt begab sich der ehemalige Hirte ganz allein hinaus auf das freie Feld und begann, sein Schwert wieder und wieder in die Erde zu stoßen. In wenigen Minuten standen viele tausende kampfgerüsteter Streiter auf dem Platz und der Jüngling saß als Feldherr kostbar bewaffnet und geschmückt auf einem herrlichen Ross, welches mit Gold gewirkten Decken behangen war. Der Zaum blitzte von Edelsteinen und der junge Feldherr zog aus und dem Feind entgegen. Da gab es eine große, blutige Schlacht. Aus dem Hut des Feldherrn donnerten unaufhörlich tödliche Schüsse und sein Schwert rief ein Regiment nach dem anderen aus der Erde hervor, sodass in wenigen Stunden der Feind geschlagen und zerstreut war und die Siegesfahnen wehten. Siegreich und glorreich kehrte er dann zurück nach Spanien, wo ihn das holdeste Glück erwartete. Die schöne Königstochter war nicht minder entzückt von dem schmucken Jüngling gewesen, als sie ihm im Saale begegnet war, als er von ihr. Und der gnädigste König wusste die sehr großen Verdienste des tapfern Jünglings auch gebührend zu schätzen. Er hielt sein Wort, gab ihm seine Tochter zur Gemahlin und machte ihn zu seinem Nachfolger und Thronerben. Die Hochzeit wurde prunkvoll und glänzend vollzogen und der ehemalige Hirte war ganz im Glück. Bald nach der Hochzeit legte der alte König Krone und Zepter in die Hände seines Schwiegersohns. Der saß stolz auf dem Thron und neben ihm seine holdige Malin und es wurde ihm, als dem neuen König, von seinem Volke Huldigung gebracht. Da gedachte er seines so schön erfüllten Traumes und gedachte seiner armen Eltern und sprach, als er wieder allein bei seiner Gemahlin war, Meine Liebe, Sie, ich habe noch Eltern, aber Sie sind sehr arm. Mein Vater ist Dorfhirte, weit von hier und ich selbst habe als Knabe das Vieh gehütet, bis mir durch einen wunderbaren Traum offenbart wurde, dass ich König von Spanien werde. Und das Glück war mir Holt, Sie, ich bin nun König, aber meine Eltern möchte ich auch gern noch glücklich sehen. Daher will ich mit deiner gütigen Zustimmung nach Hause reisen und die Eltern holen. Die Königin warst zufrieden und ließ ihren Gemahl ziehen, der sehr schnell zog, weil er die Sieben-Meilen-Stiefel anhatte. Unterwegs stellte der junge König die Wunderdinge, die er den Räubern abgenommen, ihren rechtmäßigen Eigentümern wieder zu, bis auf die Stiefel, holte seine armen Eltern, die vor Freude ganz außer sich waren, und dem Eigentümer der Stiefel gab er für dieselben ein Herzogtum. Dann lebte er glücklich und würdiglich als König von Spanien bis an sein Ende.